Die Trennung von Kirche und Staat ist einfach nicht eingehalten. Theoretisch habe ich die Hoffnung, dass sich das ändert. In der Praxis, befürchte ich, es wird sich nicht sehr schnell ändern. So, das war jetzt mal der Beitrag, den wir da gemacht haben. Da sind ja ziemlich harte Kritikpunkte gekommen. Was sagen Sie dazu, Herr Kaplan? Ich gebe dem Herrn am Schluss recht. Man muss schauen, wohin sich die Gesellschaft entwickelt. Und insofern mag sich auch am Konkordat und an den ganzen staatskirchenrechtlichen Konstrukten in den kommenden Jahrzehnten was ändern. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, mir ist das wurscht. Weil das tangiert die Kirche peripher. Ungefähr. Ich glaube, die Gesellschaft würde es radikal zum Teil tangieren. Und ich meine jetzt nicht nur wegen der katholischen Kirche, sondern wenn wir zu einem Gesellschaftsverständnis kommen, das Religion, wie Sie das ja wollen, zur Privatsache macht, dann tangiert uns alle das radikal. Das ist ja nicht einmal in den Leid. Also, Unrecht haben die hier. Wir haben eine Trennung von Kirche und Staat. Wir haben eine kontinentaleuropäische Form der Trennung von Kirche und Staat, die ähnlich ist wie in Deutschland, vielleicht sogar noch mit Italien etwas zu vergleichen, die nicht so ist wie in Frankreich oder in Portugal, wo es laizistische Staaten gibt, oder in der Türkei, um von den christlichen Ländern wegzukommen. Wir haben diese Form. Das hat historische Gründe. Und ich denke, dass jede Gesellschaft gut beraten ist, diese immer wieder neu nachzujustieren. Kann man von einer Trennung zwischen Kirche und Staat sprechen, wenn es da bilaterale Verträge gibt zwischen den beiden Beraten? Also ich glaube, solange es ein Rechtsverhältnis gibt, wo ein Vertrag das regelt, ist das durchaus eine Trennung, würde ich mir schon bezeichnen können. Ich würde auch noch einmal da anknüpfen wollen, was der Herr Kaplan-Kimmel jetzt zuerst gesagt hat. Ich glaube auch, dass die Gesellschaft sehr betroffen wäre. Nämlich, wenn man die Kirche sozusagen in die Sakristei, wie es so schön heißt, zurückdrängen würde oder auf das Individuum beschränken würde. Ich denke, dass gläubig zu sein ganz wesentlich zu tun hat mit menschlichen Beziehungen. Und menschliche Beziehungen spielen sich einfach größer ab, als ich selber bin und haben gesellschaftliche Dimensionen. Und mir würde es leid tun, wenn es in Wien etwa die Kruft nicht gäbe, wo Unterstandslose sich duschen können und ein Essen bekommen. Die Kruft wird von der Caritas betrieben. Die gehört auch deswegen der katholischen Kirche. Mir würde es leid tun, wenn es in Österreich etwa oder in Wien nicht die barmherzigen Brüder als Spital gäbe, wo jemand, der keine Sozialversicherung hat, eine ebenso qualifizierte medizinische Versorgung bekommt. Also diese Liste lässt sich noch beliebig fortsetzen. Hier leistet die Kirche meiner Meinung nach auch Gutes und Großartiges. Und auf das würde ich nicht verzichten wollen. Ich will gar nicht bestreiten, dass die Kirche auch Positives leistet. Man muss auch das Ganze sehen. Und seit diese Institutionen nicht existieren, wird nur weil die Kirche jetzt praktisch in die Sakristei zurückverbannt wird. Wenn wir die Kirchenprivilegien abschalten, haben wir genügend Geld, um das so zu finden. Und sie unterbrauchen nicht mehr die katholische Kirche. Das glaube ich nicht. Das ist eine Form des Outsourcing des Staates, wie das in anderen Bereichen auch passiert, wo ich dann sage, Outsource, so hat man bestimmte Funktionen hier outgesourcen. Entschuldigung, ich möchte nur ein paar Fakten einbringen. Es werden von der Caritas gerufen und so finde ich eine ganz tolle Sache. Wir haben das recherchiert aufgrund des Berichtes der Caritas 2009. 2009 steht drinnen, dass aber nur 9% der Gesamtfinanzierung der Caritas aus kirchlichen Mitteln stammt. Ja, aber wer sind die Leute, die das machen? Wenn sie ein Unternehmen besitzen, wissen sie, dass das teuerste die Personalkosten sind. Und in der Caritas Österreichs engagieren sich ehrenamtlich frei, ohne einen Cent zu bekommen, an die 40.000 Österreicherinnen und Österreicher. Ja, aber muss das religiös geprägt sein? Dann ja selbstverständlich, das sind Katholiken. Die Caritas ist eine katholische, ist die katholische Seite, das ist die katholische Ader. Sind nicht Katholiken, keine hilfsbereiten Menschen, sie nicht zu helfen? Nein, um Gottes Willen, natürlich. Es gibt ja auch, es gibt wunderbare Sozialorganisationen von anderen. Die Caritas tut das eben im Auftrag der Religion. Wir tun das, weil Jesus Christus uns das aufgetragen hat. Ja, wir können mal über die Zahlen sprechen, über die Erzdiözese Wien. Da habe ich eine Auflistung von 2010, was die Finanzen angeht. Einnahmen steht da, also in Summe 110 Millionen beinahe. Und nur die Personalkosten kommen beinahe auf 62 Millionen. Da könnte man meinen, die katholische Kirche braucht sich selbst. Jetzt wissen Sie, wie es jedem Unternehmen geht. Weil sie sich selbst finanziert, jedem Geld. Also das rufen sich auch Unternehmern, vor allem Dienstleistungsunternehmern, da wird das ganz genauso sein. Wahrscheinlich schlimmer. Das ist überhaupt nicht auffällig. Die Frage ist jetzt... Und nämlich, wenn man das jetzt nochmal... Sie können auch gerne, wenn Sie diese Zahlen hernehmen, fragen, was ein Pfarrer verdient. Fragen Sie den Herrn Kaplan, was er verdient. Und dann fragen Sie jemanden anderen, was er in der Wirtschaft verdient. Und irgendein Akademiker, weil ein Testungsergebnis geht. Also Herr Kaplan, wenn Sie das beantworten möchten, wie viel verdienen Sie? Netto verdiene ich einen guten Tausender. 1.000 Euro und 8, glaube ich. 1.008 Euro im Monat. Ja, da verdienen Sie ja sogar weniger als ich. Und ich arbeite nur Teilzeit. Wobei man sagen muss, dass ein Pfarrer schon mehr verdient als ich. Aber als Pfarrer würden Sie dann mehr bekommen? Aber nicht doppelt so viel, sondern ich glaube, ich würde wahrscheinlich bei 1.500 Euro im Monat. Aber bekommen Sie da quasi... Also das bekommen Sie raus. Haben Sie dann auch Wohnungen? Wird Ihnen das auch bezahlt, zusätzlich noch? Ich habe eine Dienstwohnung, für die ich allerdings die Betriebskosten, meine Ernährung und alles. Also es sind jetzt nicht nur die 1.000 Euro. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, nur. Aber die Dienstwohnung ist für einen, ich sage jetzt einmal, für einen Wiener Durchschnittsmenschen auch bescheiden. Ich werde es Ihnen trotzdem nicht zeigen, aber Sie können es mir auch. Das wird auch nicht nötig sein. Wir sind schon fast wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Die Zeit ist ja verflogen wie im Flug, sozusagen. Ich denke, wir werden noch eine Abschlussfrage stellen. Shahid, möchtest du das machen? Nein. Dann werde ich es tun. Und zwar, Abschlussfrage wäre, wie sind Sie alle, also fangen wir mal bei Ihnen an, Herr Urka. Wie sehen Sie die katholische Kirche in Zukunft? Wie sehen Sie die Zukunft der Kirche? Ich denke, dass die Kirche sich in kleinen, überschaubaren Gemeinden strukturieren wird, die weitgehend selbstständig sind und miteinander kooperieren. Und Sie werden wahrscheinlich in der Bevölkerung an der Zahl vermutlich abnehmen, die Mitglieder der römisch-katholischen Kirche. Aber Sie werden, was das betrifft, effektiver werden. Und ich wünsche mir eine Kirche, die ihren Glauben zeitgemäß, verständlich und spürbar hilfreich für die Menschen lebt. Ja, und Herr Kaplan? Ich sehe auch eine Kirche, die deutlich kleiner werden wird, aber die überzeugter werden wird, die profilierter sein wird. Ich sehe eine Kirche, die Kraft bekommen wird, weil sie auf die Grundfrage der Menschen einfach antworten will. Warum bin ich da? Was ist, wenn ich tot bin? Warum gibt es das Leiden? Und wo bist du da, Gott? Wo bist du da? Das ist die Frage, die sich auch ein religiöser Mensch stellen muss. Und zwar sehr, sehr ernst. Kannst du darauf überhaupt deine Antwort geben? Ja, in der Erfahrung. In der Erfahrung von Glauben und in der Erfahrung der Gemeinschaft Glaubender. Und da bin ich sehr optimistisch. Ob es da ein Konkordat geben wird oder nicht, ist sehr nebensächlich. Also das ist Ihnen eher nebensächlich. Gut, Herr Billig, wie sehen Sie die Zukunft der römisch-katholischen Kirche bei uns in Österreich? Ich möchte euch nochmal, dass einige, die wir das dahinter stehen, einen Punkt sind wir uns einig, die katholische Kirche wird kleiner werden. Das ist gut so. Und wir Freidenker werden noch einen Beitrag dazu leisten, unsere Aufklärungsarbeit. Es ist höchstens, dass diese ganzen Privilegien nochmal abgeschafft werden. Aber dass eben eine weitere Säkualisierung vor sich geht. Ja, wie wird die Zukunft der katholischen Kirche aussehen? Also ich finde, das ist grundsätzlich ein kircheninternes Problem. Und wenn sie vom Staat getrennt ist, wird uns das auch nicht weiter interessieren. Ja, dann sage ich nochmal danke, dass Sie bei uns im Studio waren und mit uns diskutiert haben. Wir sind auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Wenn, also ich denke, wir sollten nochmal hinweisen auf unsere Homepage, www.eswerdelicht.tv. Also nicht irgendwas anderes, sondern .tv. Und natürlich sind wir auch auf Facebook zu finden. Ja, falls die Dunkelheit dann wieder hier im Studio Einzug halten wird oder vielleicht auch bei Ihnen zu Hause, dann schalten Sie doch auch nächstes Monat wieder ein, wenn es wieder heißt, es wäre Licht. Danke nochmal, dass Sie zugesehen haben. Danke an unsere Gäste. Danke auch. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.